Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 23.700 US-Dollar. Wir haben die 24.000 US-Dollar-Marke wieder angekratzt. Ob das jetzt bullish ist oder bearish zu werden, das werden wir uns im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem gibt es möglicherweise neue Trade-Ideen, die ich hier auf Lager habe. Auch das werden wir uns anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen, wenn ihr Bock habt auf Updates, auf News, auf Trade-Ideen. Folgt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte angepinnt. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir auch nicht so viel Zeit. Ach ja, heute Abend 19 Uhr, wie immer Mittwoch und natürlich auch morgen Donnerstag Livestream-Webockert. So, jetzt aber. Momentan Bitcoin 23.700 US-Dollar. Wir sehen hier, wir haben den WIC bis 24.000 US-Dollar nochmal ausprobiert. Haben damit auch ein höheres Hoch gebildet. Jetzt kommt aber der Haken, wir haben es nicht auf Schlusskurs geschafft. Wir haben zwar hier die Liquidität hier nochmal im Golden Pocket abgefischt. Wir sind durch das 0.65er Fibonacci Retracement Level. Wir sind durch die Supply-Zone, die hier oben auch noch war, auch noch durchgebrochen. Und jetzt haben wir so eine kleine Konsolidierungsphase genau an diesem Ort. Persönlicher Meinung ist es für mich nicht wirklich bullisch, was hier momentan abläuft. Wir haben uns einfach Liquidität geholt. Wie gesagt, Supply, letztes Hoch und das Golden Pocket, was hier eben auch noch lag. Und dann auch noch eine schöne grüne Candle hier oben drüber gelassen mit dem 1-Stunden-Close. Das heißt für mich kurzfristig, ich warte, dass wir uns nochmal in diese Region hier oben reinbegeben zwischen 24.000 US-Dollar und ich sage jetzt mal so 24.133. Das sind so jetzt die Zonen, die ich noch ein bisschen im Blick habe für einen potenziellen Short. Dann aber auf jeden Fall erst einmal Abfahrt nach unten hin. Sollten wir über der 24.000 US-Dollar-Marke schließen mit einem 4-Stunden-Close, also da achte ich dann schon drauf, 4-Stunden-Close wäre deutlich, deutlich bullischer, dann sieht die ganze Sache anders aus und wir bleiben auf dem bullischen Terrain bis ungefähr 26.600 US-Dollar. Das sind so momentan die zwei Kennzeilen, die ihr mal ein bisschen im Auge behalten solltet. Wir haben auf dem 1-Stunden-Chart natürlich eine Barrage-Divergence, Higher High, Lower High, das müssen wir auch ein bisschen beachten. Volumentechnisch gibt es hier unten eine Menge abzufischen. Das heißt, wir könnten uns erst einmal nochmal in den Bereich der 23.100 US-Dollar, wisst ihr was, wir machen mal ganz kurz das GP hier weg, damit es ein bisschen aufgeräumter aussieht. Heißt, wir könnten hier nochmal in diesen Bereichen unten, wo dann im Endeffekt die ganzen grünen Candles hier angefangen haben mit der Volatilität und dem grünen Kaufvolumen, dass wir nochmal 23.180 testen. Von hier aus dann uns nochmal mit einer neuen Aufwärtsbewegung hier nach oben hin stabilisieren und dann die 24k als Support sehen. Das sind jetzt so momentan die ganzen Sachen, die ich ein bisschen so im Blick habe. Ich bin aber ganz ehrlich ein bisschen bearischer eingestimmt als bullish. Das hat einerseits damit zu tun, wir sind zweimal ins Golden Pocket reingekommen, zweimal zurückgewiesen. Wir haben eine Bearish-Divergence auf den 1-Stunden-Chart. Wir haben nicht wirklich ein Close drüber geschafft. Auch kein gutes Zeichen. Spricht eher dafür, man killt hier noch ein bisschen die Shorts, bevor wir dann hier wirklich ein bisschen Abfahrt nach unten hin machen. Denn wir haben weiterhin die Marke von 22.000 US-Dollar im Blick. Zumindest auf dem Daily-Time-Frame schauen wir uns das mal ganz kurz an, damit ihr nochmal wisst oder auf dem aktuellen Stand seid. Hier unten verläuft der Abtrend. Wir haben eine Daily-Demand-Zone hier unten und eine Menge Support, den wir hier auch noch vorfinden. Das heißt für mich persönlich nochmal ein letzter WIG 24k. Dann wird es ernst. 23.180 hält die Marke. Dann können wir nochmal einen Versuch nach oben hin starten. Brechen wir da durch. Dadurch sind einfach die 22.000 US-Dollar deutlich wahrscheinlicher und dort unten würde ich mich dann erstmal wieder long positionieren. Unsere zwei Long-Positionen, die noch offen sind. Einerseits die unten hier bei 21.7. Stop-Loss-Entry. Dann die andere, die wir hier im Golden Pocket aufgemacht haben, 50% zu. Dort habe ich auch erstmal noch keine weiteren Take-Profits genommen momentan, weil mir einfach die Lage noch ein bisschen zu uninteressant ist. Beziehungsweise wir könnten, natürlich, was ich jetzt eben gerade schon gesagt habe, wir könnten noch steigen, bevor wir eben noch keinen 4-Stunden-Close haben. Deswegen warte ich jetzt nochmal ab, kriegen wir nochmal einen WIG über diese 24k drüber mit einem Close drunter. Eindeutig Short, dann werde ich wahrscheinlich auch eine der zwei Long-Positionen erst einmal schließen. Ansonsten ist die Möglichkeit da, 24k Support und dann ab die Luzzi. Das Einzige, was wir halt auch schon die letzten Tage immer mal wieder drüber gesprochen haben, lohnt sich nochmal ganz kurz der Blick in den kleineren Time-Frame auf den 4-Stunden-Chart, dass wir immer mal diese vier, also diese drei Abverkaufswellen hatten. So, und was meine ich damit? Von unserem High bei 25,2 ging es runter. Dann nochmal hoch ins Golden Pocket hier bei einem 24,6. Nächster Lackdown bis ungefähr 22.700. Jetzt diese längere Konsolidierungsphase, die wir hier haben, auch wieder am Golden Pocket. Und das hatten wir eben auch hier oben, dieses Spiel auch am Golden Pocket Rejected. Und das ist halt eben so dieser kleine Trendumkehr-Bereich. Und sollte da jetzt kein Close drüber geschafft werden, gehe ich davon aus, dass wir nochmal ein Lack nach unten hinkriegen. 21,8, 22k. Das ist mein nächster Long-Bereich. Und von hier aus könnten wir dann ganz ehrlich hoch in Richtung 26,6 oder sogar 30k. Es ist noch nicht abgeschrieben, solange wir uns auf dem Daily-Time-Frame immer noch den Trend halten, beziehungsweise auch hier weiterhin in Trendrichtung traden. Das ist ganz, ganz wichtig, klar. Kleinere Time-Frames, 1-Stunden, 2-Stunden und sowas. Etwas bearish, größere Time-Frames, daily, weekly, solange der Trend noch, wie sagt man so schön, der Trend is your friend until the end. Und solange dieser hält, bleibe ich erst einmal bei 26k bis maximal 32k. Gut, dann blicken wir rüber zu Ethereum. Hier, das wollte ich nicht. Hier haben wir im Endeffekt ein ziemlich gleiches Chart-Bild. Auch hier höheres Hoch, kein Close. Über dieser Marke von 1.658 US-Dollar, wieder nur der WIG, heißt Liquidität abgefischt, sofort wieder abverkauft. Und was auch hier sehr, sehr interessant ist, ganz kurz Blick in den 1-Stunden-Time-Frame. Ihr seht, das Volumen, absolut Mangelware. Dieser ganze Impuls, der hier nach oben hingegen, hatte kein wirkliches signifikantes Kaufvolumen. Da hat Bitcoin ein bisschen den Vorweg gemacht, nachdem wir die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen haben, okay, Ethereum zieht ein bisschen vor, Bitcoin danach, heute mal wieder genau andersrum, macht es aber, finde ich, weiterhin deutlich, deutlich schwerer zu traden. Einerseits kein Volumen hier, auch dieser WIG hier oben bei den 1.658, überhaupt kein Volumen. Guckt euch das an, nichts auf dem Weg. Bearish Divergence hat sich gebildet mittlerweile. Zeichnen wir mal ganz kurz ein hier, höheres Hoch, tieferes Hoch im RSI. Nicht wirklich Bullish. Trotzdem, aufgrund der Chart-Geschichte, was wir bei Bitcoin momentan haben, eben mit, nur geguckt, ob das Mikro auch an ist, eben auch mit diesem höheren Hoch und dem WIG, den wir hier noch zu füllen haben, kann ich mir auch hier bei Ethereum eben genau das vorstellen. Nochmal ein Higher High, vielleicht sogar hier in die Region um 1.676 hier oben, haben wir nämlich hier noch ein WIG zu füllen und hier oben. Das ist eigentlich so diese Short Area und ihr erinnert euch, hier oben dieses Setup von vor, ich glaube ein, zwei Videos haben wir darüber gesprochen, ist weiterhin valide, heißt nochmal ein Higher High und dann erst einmal abverkaufen. Und dann können wir nämlich auch das FIP-Level genau in die umgekehrte Richtung legen von unserem High, dann würde es sehr, sehr gut hier mit dieser ehemaligen Supportzone passen, dass wir nochmal in Rücksätze in die Region um 1.620 US-Dollar sehen. Ja, mehr gibt es eigentlich bei Ethereum momentan nicht zu sagen, den Rest können wir uns heute Abend mit euren Altkommenschen natürlich gerne im Livestream anschauen, wer da Bock darauf hat. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe reinposten. Und dann würde ich sagen, ganz kurz noch die News, die ich nicht aktualisiert habe, wie soll es auch anders sein? Ihr kennt es doch, Leute, von mir. Ich bin eine faule Socke, was das anbelangt. Goldman Sachs optimistisch gegenüber digitalen Vermögenswerten. Ja, das klingt gut, das heißt, wir kriegen den Crash. Wenn man hier so herzallerliebst über Krypto und Sonstiges redet, ist das meist kein gutes Zeichen. Deutet auch dann eher auf mein Szenario hin, wir gehen nochmal ein bisschen tiefer, bevor wir dann ein bisschen höher wieder gehen. Ja, das waren gute Schlussworte. Ich würde sagen, wir hören uns dann heute Abend um 19 Uhr wieder. Wenn ihr irgendwelche Altkommenschen habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein und schauen wir uns das die nächsten Tage gerne mal genauer an. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Bis heute Abend, wünsche euch einen schönen Tag und Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und gerne den zweiten Kanal folgen, wenn ihr dort auch mehr Updates sehen wollt. Gut, dann war es das von mir. Wir hören uns dann heute Abend wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay Krypto.